Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute sehen wir uns wieder einige sehr spannende Themen an. Zum einen geht es um die Aussage, dass der Bitcoin auf 24.000 US-Dollar crashen wird. Ansonsten gibt es noch einen sehr, sehr großen, drohenden Short-Squeeze, denn die Shorts sind auf dem Höchststand seit über einem Jahr. Und zu guter Letzt geht es noch um die Pläne von Paraguay, El Salvador zu folgen in Bezug auf die Einführung des Bitcoins. Falls dir dieser Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall direkt erstmal einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Sehen wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um die Aussagen von Robert Kiyosaki, der in der Vergangenheit schon häufiger als Bitcoin-Bulle aufgetreten ist. Wir wissen, dass es viele Anlieger gibt, auch ich gehöre dazu, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Bitcoin langfristig gesehen auch die 100.000 US-Dollar erreichen kann. Auch ähnliche Muster wie zum Beispiel Plan B mit dem Stock-to-Flow-Modell sagen ähnliche Dinge aus. Wichtig ist hierbei natürlich wieder zu bedenken, dass wir hier lediglich von Prognosen sprechen und es keine Garantie dafür gibt, dass ähnliche Bewegungen auch wirklich eintreffen werden. Und seitdem wir den Höchstwert von knapp 64.000 US-Dollar erreicht haben, ist der Bitcoin ja erst einmal ordentlich abgeschmiert. Aktuell sind wir so ungefähr bei 35.000 US-Dollar unterwegs, wobei sich aber glücklicherweise auch die Marktdominanz des Bitcoins wieder ordentlich in die Höhe schrauben konnte. Wir liegen hier wieder bei knapp 44,8 Prozent. Hier lagen wir in der Vergangenheit nochmal deutlich darunter. Und nun gibt es Robert Kiyosaki, der eben auf Twitter darüber spricht, dass der Bitcoin noch einmal crashen wird von 35 auf 24.000 US-Dollar, was also bedeutet, dass wir seit dem All-Time-High ein Minus von knapp 62 Prozent zu verzeichnen haben. Er ist der Meinung, dass es jetzt sinnvoll sei, Gold und Silber zu kaufen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin kein Freund vom Gold und von Silber. Auf der anderen Seite ist er aber auch der Meinung, dass in dem Moment, wo wir die 24.000 US-Dollar erreichen, der beste Zeitpunkt ist, um nachzukaufen, um langfristig gesehen reich zu werden. Dafür braucht man natürlich Kapital, um überhaupt investieren zu können. Außerdem erklärt er leider auch nicht, warum er denn der Meinung ist, dass der Bitcoin nun auf 24.000 US-Dollar crashen wird. Deswegen haben wir hier leider nur eine weitere Aussage von einer Person, die sich zwar aktiv mit dem Thema beschäftigt, aber das Ganze nicht weiter begründet. Wenn wir aber dann mal gucken, wo wir aktuell stehen, dann merken wir, klar, die Bitcoin-Adoption ist weiter vorangeschritten. El Salvador hat ja den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Länder, die diese Schritte gehen werden. Dazu gibt es gleich dann auch noch ein Thema. Auf der anderen Seite sehen wir aber negative Auswirkungen, zum Beispiel aufgrund der chinesischen Regierung, die in Zukunft die Bitcoin-Mining-Zentren weiter schließen wollen. Hier gab es ja schon drei Provinzen, die davon betroffen sind und das werden wahrscheinlich noch einige folgen. Heißt also, die ganzen Miner müssen definitiv aus dem Land, wenn sie das ganze Geschäftsmodell weiter aufrechterhalten wollen. Sie brauchen also einen anderen Standort und in diesem Atemzug wird die Hashrate auch weiter fallen. Sie ist erst gefallen und wir werden auch in Zukunft wahrscheinlich noch einen weiteren Abfall der Hashrate sehen, was im Fall der Fälle bedeuten würde, dass auch der Preis dann nochmal ordentlich konsolidiert. Das Ganze wird im besten Fall aber auch glimpflich ausgehen, wenn vor allem diese ganzen Zentren dann einen besseren Standort haben. Hier gibt es ja einige Ansätze, zum Beispiel auch in Bezug auf Geothermie und da gibt es sicherlich größere Unternehmen, die die Möglichkeit haben, dann wirklich umzuziehen und dort vielleicht sogar noch bessere, effizientere Standorte zu finden. Außerdem haben wir neben diesen Bestrebungen natürlich auch das Problem, dass die Weltbank oder auch zum Beispiel der Internationale Währungsfonds sich eher negativ zum Thema Bitcoin als offizielle Währung äußern. Ganz klar, sie hantieren natürlich mit Fiat Währungen und möchten nicht, dass eine Kryptowährung, die dezentral ist, wirklich in Länder kommt und dort aktiv genutzt wird, weil sie diese Kryptowährungen dann natürlich nicht steuern können. Wir werden in Zukunft sicherlich noch einige spannende Bewegungen sehen. Ob Robert Kiyosaki nun aber recht behalten wird, das steht natürlich auf einem ganz anderen Stückchen Papier. Wir wissen es nicht. Es gibt hier, wie gesagt, keine weiteren Erklärungen zu dieser ganzen Geschichte. Deswegen würde ich euch raten, dass ihr euch aktiv mit dem Thema beschäftigt. Do your own research ist nun mal das Maß aller Dinge und in Zukunft werden wir dann auch herausfinden, ob tatsächlich der Bitcoin auf 24.000 US-Dollar dippt und wir dadurch nochmal eine weitere Kaufchance haben oder ob wir in den nächsten Wochen und Monaten wieder Richtung Rally unterwegs sein werden. Egal was passiert, es macht sicherlich langfristig gesehen Sinn, sowieso Kryptopositionen aufzubauen, wenn man davon überzeugt ist, wenn man versteht, wie es funktioniert und woran bestimmte Projekte arbeiten. Und so ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, ist sicherlich langfristig gesehen der bestmögliche Ansatz. Wichtig ist hierbei natürlich aber auch, dass das hier keine Anlageempfehlung von meiner Seite aus ist. Sehen wir uns das zweite Thema. Hierbei geht es um die größten Bitcoin-Short-Positionen, seit über einem Jahr und es könnte zu einem Short-Squeeze kommen. Wir haben es mitbekommen, der Bitcoin ist von seinem All-Time-High, darüber haben wir gerade auch schon gesprochen, von 65.000 US-Dollar auf knapp 35.000 US-Dollar abgestürzt und nun gibt es die Möglichkeit, dass wir in Richtung Short-Squeeze unterwegs sind. Das bedeutet also, viele Anleger spekulieren auf fallende Kurse. Wenn der Kurs jedoch steigt, werden natürlich die Positionen durch einen Kauf geschlossen. Was also bedeutet, dass der Preis wieder nach oben getrieben wird und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das in der nächsten Zeit passiert. Die Frage ist natürlich, wie konnte das überhaupt passieren? Das ist auch relativ einfach zu erklären. Das Thema Leverage-Trading ist heute extrem einfach. Es gibt unendlich viele Plattformen, auf denen wir einfach mit Hebeln arbeiten können und so kann man natürlich mit einer 100-Dollar-Investition, mit einem hundertfachen Hebel, auch ohne Probleme mal am Kryptomarkt partizipieren. Und diese Hebelwirkungen können eben auch stärkere Volatilitäten am Kryptomarkt auslösen. Das ist eben die große Gefahr, denn gerade die Anleger, die vielleicht jetzt aufgrund dieser Korrektur Kapital verloren haben, gehen nun eben davon aus, dass wir vielleicht in einen Bärenmarkt rutschen, dass also auch die Kurse in langfristiger Perspektive weiter fallen werden. Und deswegen spekulieren sie nun darauf, dass der Bitcoin-Kurs weiter fallen wird. Sie nutzen also Hebel und das würde auch erklären, warum diese Short-Positionen immer weiter anwachsen. Das große Problem ist dabei aber, dass sie das Ganze nicht unbedingt rational treffen. Sicherlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber die, die emotional hier agieren und nun darauf spekulieren, dass der Kurs weiter fallen wird, weil sie damit nun direkt erst mal die Verluste wieder ausgleichen können, die werden wahrscheinlich auch dadurch relativ schnell bestraft. Deswegen sollte man, wenn man sich mit dem Thema Trading auseinandersetzt, wirklich viel Zeit investieren, viel ausprobieren, bevor man wirklich aktiv mit Kapital, mit eigenem Kapital vor allem anfängt zu traden. Es gibt hier glücklicherweise genug Demokonten, die man nutzen kann, um da erst mal fit drin zu werden. Und es gibt auch sehr, sehr viel gute Literatur, die man sich zu dem Thema reinziehen kann, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Am Ende hilft natürlich die Erfahrung und Erfahrung kann man natürlich nur und bestmöglich sammeln, wenn man vor allem Fehler macht und diese anschließend analysiert und diese Fehler dann ausmerzt, um sie in der Zukunft nicht nochmal zu machen. Gerade Emotionalität ist häufig ein Grund, warum Märkte sich eben irrational bewegen, gerade wenn es um viele Kleinanleger geht, die ihre Verluste wieder wettmachen wollen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Dieser Short Squeeze könnte umgesetzt werden in dem Moment. Wie gesagt, wenn der Preis wieder nach oben geht, dann werden diese ganzen Short Positionen relativ schnell liquidiert und der Markt könnte dann ordentlich nach oben schießen. Nun ist erst mal wichtig, die Marke von 40.000 US-Dollar nachhaltig zurückzuerobern und langfristig gesehen die Bitcoin Positionen dann weiter aufzubauen. Das heißt also auch hier im Preis weiter anzusteigen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Hier haben wir also wieder zwei verschiedene Szenarien. Robert Kiyosaki, der davon ausgeht, dass der Bitcoin erst einmal auf 24.000 US-Dollar crashen wird. Nun aber auf der anderen Seite einen Höchstwert an Bitcoin Short Positionen und sofern diese liquidiert werden, dann sieht das erst einmal so aus, als wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Bitcoin dann ansteigt, anstatt auf die Werte von 24.000 US-Dollar zu korrigieren. Sehen wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es um Paraguay, denn Paraguay möchte nun ebenfalls den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, ähnlich wie es El Salvador vorgemacht hat. Wir haben es ja schon mitbekommen, durch den Schritt von El Salvador und die Verabschiedung des Gesetzes gab es einen unglaublichen Aufschrei. Viele verschiedene lateinamerikanische Länder haben nun ebenfalls Absichten signalisiert, den Bitcoin ebenfalls einführen zu wollen, unter anderem Paraguay, Panama, Brasilien, Mexiko und Argentinien. Viele dieser Länder haben aktuell auch ein großes Problem mit einer unglaublich hohen Inflation und könnten theoretisch durch den Bitcoin dieses Problem in gewisser Weise lösen, weil wir in der Form keine so hohe Inflation hier haben und dadurch natürlich auch die ganze Geschichte für die Menschheit bzw. für die eigenen Menschen in den Ländern dann sich deutlich positiver auswirken werden. Nun hat sich also auch einer der Politiker aus Paraguay dazu geäußert und möchte wohl im nächsten Monat die Bitcoin-Adaption, also ein Gesetz verabschieden, um den Bitcoin auch dort einzuführen. Wenn das passieren sollte, dann werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Länder sehen, die diese ähnlichen Entscheidungen dann treffen werden. Aktuell ist es so, dass Paraguay wohl mit Bitcoin und Paypal zusammenarbeitet, um das ganze Thema auf der Infrastrukturseite umsetzen zu können, um also der Generation, der kommenden Generation und so weiter dann also neue Perspektiven zu bieten. Das ist jedenfalls das, was wir von einem Politiker mitbekommen. Auf der anderen Seite, und darüber haben wir gerade auch schon gesprochen, gibt es eben eine größere Opposition, die also in dem Fall zum Beispiel El Salvador ordentlich konfrontiert. IVF zum Beispiel wollte eigentlich einem Kreditantrag von El Salvador hier zustimmen. Das ist jedenfalls so die Aussage. Nun wird diese aber beeinträchtigt. Heißt also, eine Milliarde US-Dollar werden gegebenenfalls in Form eines Kredits nicht an El Salvador ausgezahlt. Das Ganze ist noch in der Diskussion und ist darauf zurückzuführen, dass eben El Salvador sich dazu entschieden hat, den Bitcoin einzuführen. Deswegen stellt sich die IVF natürlich quer. Aber auch die anderen Organisationen, die sich mit dem Thema Kapital, wie zum Beispiel die Zentralbanken und so weiter auseinandersetzen, sind eher gegen diese Entscheidungen. Hier wird es sicherlich in Zukunft noch einige Konfrontationen und Diskussionen geben. Doch die Frage und Hoffnung besteht natürlich trotzdem, ob der Bitcoin in Zukunft aufzuhalten ist. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Tatschau. 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 Tatschau.